Ja, ich grüße euch. Bevor es zum Mähdrescher geht. Ein Güterzug. Das war sozusagen der Vorspann auf das, was jetzt kommt. Ein Lexion. Ein neueres Modell 8700. Kommt jetzt auf uns zu. Ja, wie ihr wisst, ist das eigentlich mein Wetterkanal, aber die Getreideernte gehört ja auch dazu. Deswegen gucken wir uns das heute mal ein bisschen genauer an mit dem Video. Da kommt jetzt gleich ein bisschen nach, so dass wir nochmal zurückgehen. Und dann das Getreide hier abpunkern. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, die Lexion sind übelst gut. Also ein neueres Modell 8700, wie ihr gleich sehen werdet. Sind ja jetzt erst auf den Markt gekommen. Und jetzt soll Klaas Trion. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt bei den neuen Mähdrescher Klaas Trion. Das wird der Nachfolger von Tucano sein. Ja, wenige Quatsche. Ihr werdet jetzt merken, warum. Ich liebe diesen Sound einfach. So, naja, genug Fun. Das wird der Nachfolger. Das wird der Nachfolger. Das wird der Nachfolger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020